Hallo, mein Name ist Alexander Deike. Ich bin selbstständiger Rechtsanwalt und Unternehmensberater. Hier in Ludwigsburg lebe ich mit meiner Frau und meinen beiden kleinen Kindern. Neben meiner Arbeit als Rechtsanwalt hier in der Region führen mich meine Einsätze als Unternehmensberater in die ganze Republik. Das Faszinierende an dem Beruf des Rechtsanwalts ist für mich, dass er die Möglichkeit bietet, verschiedenste Bereiche zu kombinieren. Auf der einen Seite die Arbeit im Mandat und auf der anderen Seite die Arbeit in großen Unternehmen. Diese Lust am Neuen treibt mich tatsächlich an, weit auch Projekte zu machen. Und deswegen bin ich auch noch nicht am Ende, sondern treibt mich immer wieder raus. Vielleicht führt mich das nächste spannende Projekt genau in Ihr Unternehmen. Alexander Deike, Rechtsanwalt und Unternehmensberater.